So und aber dann und jetzt warm to let's play Minecraft Ähm, ja und heute lade ich gleich zwei Info-Videos hoch, man bin ich dieses geiler Ficker Nein, ohne Spaß war, ich ähm, meine Song-Quali überzeugt mich selber ja momentan nicht, aber es ging bis jetzt nicht anders Aber, jetzt bald hab ich ne neue So, wo ist der jetzt, wo ist der jetzt? Egal So, ähm, und zwar habe ich jetzt gerade ne neue Soundkarte bestellt Mir kommt dann bald ne USB, externe USB Soundkarte Und dann ist der Sound auch erträglich und auch nicht so mega hyperleise Dass der mega versteckt werden muss, sondern, ja, dann ist mein Mikrofon auch besser Weil die Mikrofon-Qualität ist nämlich immer abhängig von der Soundkarte, ist ja normal Und die Soundkarte war bei mir halt bis jetzt immer scheiße Und das ist halt das Problem Was hierbei, äh, überhand, äh, nimmt Was hab ich für, okay Okay Oh, nice Nicht Disappell setzen, ja Ich mach übrigens mit jemand ein Team Wird den Wird ihn aber am Ende wahrscheinlich doch killen Außer er ist jetzt schon tot Und Alter, der ist jetzt schon tot Dieser Marcel Jampanska, da ist das Wesen Alter, der ist ja schlecht Und Spaß, ne Selbst ich kann ja nicht viel, wa Aber ich schaff es wenigstens zu überleben Also bin ich entweder übertrieben gut, bin voll aus Natur-Talent Oder der ist einfach nur mega schlecht Diese zwei Möglichkeiten gibt's ja nur so Ach, Hauptsache das kriegt kein anderer so Wobei ich bemerke, dass immer mehr Leute diese Route hier nehmen Bloß von der anderen Seite Okay, dieser Pandron da Der schall mal ziemlich ab Erfahrung Ja, ja, so Also wie gesagt In drei, vier Tagen müsste das sein Äh, ja, Lego Star Wars ist ja im Moment auch noch Let's Play So, Rüstungspunkte Okay, bringt nichts Jetzt gerade, so Aber ich hab doch jetzt hier Goldhelmchen Boah, die ganze Zeit so Kack-Goldstiefel-Zeugs und so Ich will Eisenschwert oder wenigstens irgendwas anderes in der Richtung Ich will Diaschwert, Alter Ich finde ein bisschen schade, dass es auf diesem Server keine Dias gibt Aber, naja So Lost Island wie gewohnt und immer Äh, ich spiel echt nur mega selten an Scheiße Oh Das hätt ich mir auch sparen können Scheiße Da ist jemand auf Druckplatte gegangen Ähm Das heißt, hier ist irgendwo einer So Ui Apfel hab ich da auch, ne? Ja Diete So Normalerweise hab ich hier immer eine feste Route Weil jetzt gerade Weil jetzt gerade ist die irgendwie so ein bisschen Aber ich nehm zwar immer diese Route Aber danach Also hier geh ich jetzt hin Hier ist schon nichts mehr drin Und jetzt geh ich hier hinten hin Halt Halt Scheiße So 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 60 4 Ich hab' ich gerade voll locker Läuft bei mir Obwohl ich gerade eben noch geändert habe und ja los so oh, ein Level schön, gleich verzaubern was sagen, Alter wenn das kein Level geworden wäre puh so, sehr gut, da kann ich gleich verzaubern vielleicht schon mal was besseres als Eisenschwert okay, alles leer hier schade aber ist halt so so, kurz gucken halt, Moment, bevor ich das jetzt verzauber gehe ich erst darüber um zu gucken, ob da vielleicht noch Schwert ist kann ich lieber ein frisches Schwert nehmen, okay vorbereiten zack, zack, pam äh ja padapadam so hä, lol ich hab Feuerback Alter, statt dass er stehen bleibt, ne wie er wegrennt Junge, der hat Full Iron fast wieso rennt er weg ja, jetzt ist er natürlich gefangen ja und wow, kann man ausmachen lol, was ernsthaft jetzt boah, hammerüde okay aber ich hab meine Info bin nicht losgeworden alter, hammerüde naja, okay also wie gesagt bald besseren Sound beziehungsweise ihr dürft es davon eigentlich gar nicht mehr mitkriegen weil also ihr kriegt davon was mit aber es gibt jetzt keine Videopause oder sowas wie es ja jetzt vor kurzem relativ lange war und ja dann sag ich mal tschüss und bis zum nächsten Infovideo tschüss